Weniger. Keine. 99. Es ist ja so, dass man am Theater eigentlich immer Fehler machen muss. Und zwar einfach deshalb, weil wir uns eine gewisse Professionalität nicht leisten können. Und zwar einfach deshalb, wenn Sie zum Zahnarzt gehen, dann erwarten Sie, oder eigentlich implizit, dass er Ihnen den Zahn so flickt, wie er ihn schon 20 Mal vorher geflickt hat. Und Sie gehen nicht zu ihm und sagen ihm, mach mir doch mal was Neues, was du noch nie gemacht hast. Aber genau so geht man ins Theater. Das heißt, wir müssen eigentlich immer dorthin kommen, wo wir Fehler machen, wo wir Dinge falsch machen. Und deshalb wäre es jetzt ein bisschen unhöflich zu sagen, Barbara Frey macht alles falsch. Und das wäre auch ein großes Kompliment. Wovon muss ich mich noch befreien? Rauchen. Ich war gerade in Buenos Aires und dort ist mein Buchregime, 100 Tage der Roman auf Spanisch, in einem sehr tollen Verlag. Und die Präsentation dieses Buches, überhaupt die Aufnahme in Argentinien, das war sehr toll. 117 Bewegliche 222 119 121 121 121 Was sehen Sie da? Ja, also ich sehe Barthaare, die weg müssen und abends Linsen, die raus müssen. 188 bitte. Ja, jede eigentlich, also, ähm, jede, also Sexualität ist ja erfüllte Fantasie. Ich wäre für eine Diskussion über diese Frage gewesen und die hat es leider nicht gegeben. Deshalb hatte ich auch keine Gelegenheit, mir dazu eine Meinung zu bilden, wie eigentlich 90% der Bevölkerung. Liebe Schreiben Kochen Dankeschön. Gee, mich rund. ри